Yo, servus von dem was geht ab? Justin ist mal wieder am Start hier für euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal alle 202 Fortnite-Skins, die jetzt zum Stand 31.8.2018 draußen sind. Bevor ihr fragt, ja ich habe definitiv keine Hobbys, weil ich gerade alle 202 Skins gedownloadet habe und sie euch einfach hintereinander eingeblendet habe. Und keine Ahnung, ich weiß nicht was man wirklich mit diesem Video anfangen kann, aber ich dachte mal, okay cool, kann man bestimmt mal machen, da ich das jetzt nicht wirklich gesehen habe auf YouTube. Und ja, ich werde auf jeden Fall euch die Skins komplett, alle von vorne bis hinten, von jeder Season, von allem was es gibt, einblenden. Also alle Rare-Skins, alle Legendary-Skins, komplett jeden einzelnen Skin, der jetzt draußen ist. Jeden einzelnen Skin seht ihr in diesen 6 Minuten 40 jetzt im Hintergrund. Und ja, genau. Und ja, wenn ihr dieses Video seht, dann vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn ich bin ganz kurz davor, die 1100 Abonnenten zu erreichen. Und ich habe jede Woche, bevor die neuen Battle Pass Aufgaben kommen, schon die Lösungen für euch parat. Das heißt, ihr kriegt schon circa ein Tag oder zwei Tage davor mit, was beim nächsten Battle Pass rauskommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ein Abo da zu lassen und es werden natürlich auch immer direkt die Lösungen hochgeladen. Also wirklich, es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut euch die anderen Videos auf eurem Kanal an und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Skins im Hintergrund und entspannter Musik. Haut rein, bis zum nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao. Lasst einen Daumen nach oben da, bis zum nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da, bis zum nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da, bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020